Musik Eisiger Frost im Tierpark Hagenbeck. Minus 15 Grad lassen den Birmateich hinter der glänzenden Thaisala zufrieren. Die Pelikane, die hier sonst leben und brüten, sind in ihre Wärmehäuser umgezogen. Doch einigen Tieren machen diese frostigen Temperaturen gar nichts aus. Den Alpakas zum Beispiel, die durch ihre dicke Wolle bestens vor der Kälte geschützt sind. Die Präriebisons kennen noch viel kältere Temperaturen aus ihrer Heimat in der nordamerikanischen Steppe. Und auch die benachbarten Präriehunde scheinen ganz gelassen. Trotz der Kälte wagen sich einige Tiere zum Fressen an die Oberfläche, während der Rest der Familie in den unterirdischen Gängen dicht aneinandergekuschelt auf das Ende des Winters wartet. Doch wer ihnen etwas Aufmerksamkeit schenkt, der kann das Zähne klappern, der putzigen Nager sehen und hören. Familie Tiger ist ganz in ihrem Element. Maruschka und Jascha genießen das Sonnenbad in ihrer Höhle, während die vier Tigerwelpen einträchtig im oberen Teil ihres Geheges dösen. Den Tierpflegern macht die Kälte da schon mehr aus, aber auch sie wappnen sich dagegen. Wir hatten heute minus 15 Grad in der Nacht, also für uns ist das ja ziemlich fröstlich. Ich habe hier auch mehrere Schichten an, genauso wie meine Kollegen auch mit Sicherheit. Aber selbst für unsere Tiger minus 15 Grad ist halt natürlich noch gar nichts für die. Die sind natürlich ganz andere Temperaturen gewöhnt. Man sieht das ja auch ein bisschen, die schöne Sonne genießen die auch ganz gerne. Aber die haben die Nacht dann halt auch draußen verbracht, obwohl sie halt auch einen etwas wärmeren Stall haben. Aber das stört die überhaupt nicht. Wir haben hier eine Sprudelanlage, unseren Tigerwirlpool. Den gibt es natürlich auch noch bei anderen Tierarten. Der dient halt dazu, unser Wasserbecken freizuhalten. Es kann natürlich vorkommen, allerdings im hinteren Bereich, direkt am Grabenkante, dass es dort ein bisschen weiter zufriert. Da kommen die Blubberblasen leider nicht hin. Deswegen müssen wir da halt immer mit einer Schaufel dann halt die Eissicht frei halten. Und wir haben hier auch noch Wasser ein bisschen laufen, damit das Ganze halt ein bisschen wärmer wird, das Becken und uns nicht zufriert. Denn dann besteht die Gefahr, dass dieser Wassergraben nicht mehr funktioniert. Denn das ist halt eine Barriere, vergleichbar mit einem Zaun. Und dann würde der Tiger dann halt auch rausspringen können. Und das wollen wir natürlich nicht. Auch die rosa Flamingos besitzen eine Sprudelanlage, die das Zufrieren der Wasseroberfläche verhindern soll. Ihre wärmeliebenden Artgenossen aus Chile und Kuba verbringen die kalte Jahreszeit dagegen in ihrem beheizten Winterquartier. Für die freilaufenden Tiere, wie die Pampashasen oder Wasserschweine, wurden die im Gebüsch versteckten Futterhütten mit Wärmelampen ausgestattet. Damit sind alle Tiere im Tierpark Hagenbeck trotz der Kälte gut untergebracht und die verzauberte Parkanlage besticht durch eine ganz besondere Stimmung. Das war's für Ludmöglichkeit. Zurück чегоuer Studies.